Wir begrüßen Sie in der S7 nach Kämptal, Öhrlikon, Zürich Hauptbahnhof, Rapperswil. Kämptal, Ephretikon, Wassersdorf, Kloten, Balsberg. Opfikon, Öhrlikon, Hartbrücke. Nächster Halt, Zürich Hauptbahnhof. Dieser Zug fährt weiter als S7 nach Stadelhofen, Meilen, Rapperswil. Wir begrüßen Sie in der S7 nach Stadelhofen, Meilen, Öhrlikon, Rapperswil. Stadelhofen, dieser Zug fährt weiter ohne Halt bis Meilen. Meilen, Meilen, Öhrlikon, Männedorf. Stefan, Uhrlikon, Feldbach. Nächster Halt, Rapperswil, Endbahnhof. Wir bitten alle Reisenden auszusteigen und verabschieden uns von Ihnen. Wir begrüßen Sie in der S7 nach Kämpraten, Stadelhofen, Zürich Hauptbahnhof, Winterthur. Nächster Halt, Zürich Hauptbahnhof. Dieser Zug fährt weiter als S7 nach Hartbrücke, Öhrlikon, Winterthur. Wir begrüßen Sie in der S7 nach Hartbrücke, Öhrlikon, Opfikon, Winterthur. Nächster Halt, Winterthur, Endbahnhof. Wir bitten alle Reisenden auszusteigen und verabschieden uns von Ihnen.